Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wobbly Live zusammen mit Wackelpubbin Maxify, na und Sally, meinem kleinen süßen Hund. Oh, tschüss Sally. Leute, Maxify und ich waren in der letzten Folge zwei richtig tolle Bauarbeiter, aber scheinbar kann man da noch weiterarbeiten. Wir können heute ein Haus bauen. Ja, Haus bauen. Ich wollte schon immer mal, ich bin ja gerade selber für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, ich bin selber dabei, ein Haus zu bauen. Was ist das? Ja, Sally, du kannst nicht endlich einsteigen. Genau, halt dich fest, spring rauf und dann festhalten, bitte. Weil wir müssen uns, ja, okay. Äh, super. Nein, 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 warte. Ja, 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 genau, genau, halt dich an meinem Kopf fest. Ja, okay, bin dran. Okay, warte, wir hängen hier ganz leicht, ja, sehr gut. Was hast du für Fahrzeuge, so viele? Ja, ich hab schon, früher hab ich ganz viel Wobby Live gespielt, bis Manuel mich verlassen hat. Und dann hab ich eine lange Pause gemacht. Ja, du bist jetzt mein neuer Metal. Ja, ich bin jetzt sehr, warst du mir leid, ich bin jetzt so cool wie Manu. Ja, seid bitte lieb zu Maxify, ganz ehrlich, Maxify ist cool. So, hier geradeaus, dann müssen wir nochmal hier kurz rum. Wie findest du mein Auto? Ist cool, ne? Ich finde es cool. Danke. Leute, wir haben schon zwei saftige Folgen vorher hier aufgenommen. Falls ihr die verpasst habt, gönnt sie euch. Wir haben nämlich, wir waren angeln und dann haben wir Sachen kaputt gemacht und Kühe geschubst. All das in den anderen Folgen. So, warte mal hier. Und wie immer natürlich, lasst gerne ein Like da, wenn ihr Bock auf mehr habt. Das stimmt, aber wichtiger ist, glaube ich, fast der Like für den super tollen Algorithmus. Dankeschön. Oh, ah! So, hier haben wir nämlich das letzte Mal Sachen zerschreddert. Und jetzt können wir mit dem Zerschreddert, mit dem Zement, den wir hergestellt haben, können wir jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, ein Haus bauen. Ah, okay, okay, okay. Genau. Okay, wir müssen den Zement nehmen und damit Wände bauen. Äh, aber wie? Ja, einfach, einfach nehmen. Warte, einfach so und dann, bam! Okay, okay. Genau. Nimm noch gleich zwei Gleichzeits. Oh, stark! Ja, so, ja, ja. Und? Eins, zwei. Oh, ich häng' fest! Ich häng' fest! Achso, ich häng' fest! Ups! Ja, ist nicht so einfach. Oh, ja, ja. Ich nehm' mal zwei Gleichzeitig. Ja, ja, nimm mal, ich guck mal, ob... Ah, ja! Mit dem Hammer muss man hier... Ich mach' das andere. Thema Arbeit. So. Sehr gut. Wir bauen gerade dein Haus, oder? Ja, mein Haus, was ich auch im Real Life gerade baue. Obwohl ich sagen muss, ich weiß nicht mal, ob meins so groß wird, wie das hier. Doch, doch. Ja, ja, meins wird ne Villa. Wann gibt's mal wieder ein Haus-Update? Haus-Update mit Paletto. Ja, das Problem ist, dass aktuell ja gerade, äh, aktuell ist so, so Ferien bei der, bei den Baudingern, bei den Bauleuten. Ah. Und weil die müssen ja auch mal mit ihren Kindern und so in, in Urlaub fahren. Und es waren ja gerade Sommerferien und ja, deswegen ist da gerade Bau-Update mit Paletto. Gibt's, ähm... Gibt's wenig zu erzählen. Hallo, ihr habt ne Frage. Ja? Ich hab' hier nur zwei Baumaterial-Dinge, aber ich weiß nicht, wohin damit. Äh, das weiß ich auch nicht. Ich lass die mal... Warte, warte, ich hab' das jetzt hier, hier fertig. Ne, hier, hier, hier musst du, hier rein. Da, okay, okay. Genau. Ja, ja, sehr gut. Und jetzt mach' ich, baue ich das. Ja, 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 ja. Oh! Alter, guck dir die Leute ab. Oh, meine Freunde! Okay, guck, wie schnell die sind. Die sind, die sind viel schneller als wir. Oh, haben die von Anfang an gebaut. Die werden viel schneller fertig gewinnen als wir. Das fragen mich auch. Jawoll! Alter! Gute, gute Arbeit. Hier ist Geld. Oh, das schenke ich dir. Nein, nein, nein. Nimm das ruhig für dich selbst. Irgendwann wirst du es brauchen. Achten, hast du auch 38? Ja. Aber was ich mich die ganze Zeit frage, wozu, wozu ist denn das Ding hier? Das sieht gut aus, darf ich dranhängen? Ja, genau, geh mal. Willst du das Haus wieder kaputt machen? Ja! Oh, Bonk. Ja! Sehr gut! Mach's kaputt! Ja! Bam! Warte, hier gibt's... Warte. Was ist das denn hier? TNT? Oh, Alter! Komm, das packe ich ins Haus. Ja! Mach die Tür auf. Ja, ja. So, okay, ich renne wieder raus. Müssen wir es anzünden? Ah, Detonator! Guck mal kurz ab's. Halt das mal fest. Ja. Halt das kurz mal fest. Mhm. Und dann? Soll ich es ins Haus bringen? Ja. Okay, ich bringe es ins Haus. Ah! Ach, nee! Oh, nee, bitte nicht runter. Ui! Hallo! Oh, da komme ich doch niemals rüber. Kannst du aufmachen? Hast du keine Schuhe? Nee, ich habe keine besonderen Schuhe wie du. Ja, warte, ich mache das hier auf. Ja, ja, mach kaputt, mach kaputt. Ja, ja. Hallo! Yes! Passt. Ja! Bam! Ja, bin drin. Aber ich schieße nur ein Ausrufezeichen. Gibt es hier noch einen neuen Job? My Supervisor ist... Ah! Ja, ja! Wir müssen das wieder kaputt machen. Ja! Ja, mit TNT! Okay. Ja, ja. Schnapp dir das TNT. Ich spawn ganz viel und du bringst das rein. Okay, okay, okay. So schnell bin ich nicht, Paul! Warte ein bisschen! Alles gut, alles gut. Ich spawn einfach nur ganz viel. Du musst das dann machen. Ich spaw, ja. Ja, ja. Ich packe hier auf. Das ist ein Bonner Wacherplan. Ja, ja. Komm, komm. Ja. Und dann auch hier rein. Ich passe dich durch die Tür. Ah, ja, jetzt. Zack. Mehr geht nicht, oder? Und jetzt detonate! Ja! So, und jetzt mit dem... Willst du das machen? Okay. Ich häng mich dran. Bam! Ja, mach's kaputt! Zerstörung macht Spaß! Zerstörung macht Spaß! Wir machen's kaputt! Zerstörung macht Spaß! Oh, oh, warte! Oh, ups! Zerstörung macht Spaß! Oh, oh, ach so. Ah, ich fahr aus Versehen so praktisch rückwärts. Ja, so schnell! Ja, warte, warte, alles gut? Noch häng ich dran. Ja, ja. Nein, ich hasse es. Ja. Ja! Ja, sehr gut! Haben wir wieder Geld bekommen? Ja, hier liegt wieder Geld. Wo ist das andere? Wir bringen zum anderen Geld hin. Ja, wo ist denn das andere? Ah, hier hinten. Ah, ja, okay. Guck mal, da ist noch eine neue Mission. Nee, das ist die erste Aufgabe. Die hatten wir schon gemacht. Falls ihr die verpasst habt, guckt sie euch an. So, komm, wir gehen jetzt unser Geld wegbringen. Ja! Ja, mit dem Wagen wieder, oder? Ja. Ja, doch, das ist eigentlich die beste Option, dass wir unser hart verdientes Geld hier reinbringen. Du fährst? Ich trage rein. Ja, okay, warte, ich dreh. Okay, aufmachen. Ja. Ja, sehr gut. Ja, ich mache nachher nach. Ja. Ja, kein Problem. Ja, kein Problem. Ja, ich habe es gleich. Warte, gleich habe ich es gleich. Ja, kein Problem, kein Problem. Hast du auch gepackt? Nee, habe ich nicht alles. Die war? Ja, ja, warte, warte, ja. Habe es? Äh, eigentlich, da vorne ist auch noch Geld. Da links. Ja, da? Ja, ja. Halle. Nein. Halle, nicht für mich. Oh. Nein! Warum hängt er denn da fest? Ach, komm! Halt, Metsima. Du, kommst mir nicht! Ja, war nur ein kleiner Spaß. Ich würde natürlich niemals ohne dich. Wieso, Alter? Vorsicht, aber so. Nein, nein. Du willst das ganze Geld für dich haben. Nein. Wenn du willst, kriegst du mehr als ich. Habe ich kein Problem mit. Ich will das hierher. Ich wollte nur ein bisschen Spaß machen. So, ups. Ja, perfekt. Ja, super. Also, cool. Machen wir es so, dass Maxi nicht drankommt, ne? Machen wir es so, dass Maxi nicht drankommt. Nee, ich habe auch noch nicht. Nicht, Mann. Ich kann nicht drank. Ich gebe dir dein Geld. Ich gebe dir hier, 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 bitte sehr. Okay. Das wäre, nein, das war ja mal. Das wäre auch witzig, wenn beides zu 30 wäre jetzt. Stimmt. Nein, das würde ich nicht machen. Das wäre nicht korrekt. Wir haben ja, weil wir haben ja zusammengearbeitet. Ja. Wir haben ja zusammen hier. Oh, was will der hier? Hallo, Sir. Hey, listen up. Race to the next. Oh, guck. Wirst du dann mitgeslidet? Warte mal. Go. Oh, bist du das? Bin drin. Ah, ja. Ohne Rennen. Okay. Paledo gegen Maxify. Los. Zack. Äh, warte, wir müssen noch nach links. Äh. Oh. Au. Oh nein. Tschüss, Paledo. Ich habe so ein Turbo bekommen. Tschüss, Loser. Miao. Oh, mit Tastatur ist voll Kacke zu fahren. Hä? Ich fahre auch mit Tastatur. Ja, ich dachte, er ist kacke. Oh ja, Paledo. Oh, du bist, du bist der Go-Kart-Champion. Nein, mach einen Fehler, bitte. Oh. Au. Abkürzung. Oh, es hat geklappt ein bisschen. Zack. Ab. Abkürzung. Ich habe das Blüten nicht bekommen. Oh. Was war mein... Ey, Paledo, du musst nach rechts, ne? Nein. Ach, komm. Warte, Maxify. Okay, ich warte ein bisschen. Nein, nein. Ich brauche keine Almosen. Doch, doch. Weil ich halt besser bin. Ja, ich... Mein Kopf hat nicht so schnell gescheitert. Ach so, die gelben sind dann immer die nächsten. Oh, Mann, ey. Oh, ja, jetzt. Oh. Sehr gut. Oh, und da ist der Unfall. Let's go, Paledo. Oh, ja. Ich fahre rückwärts weiter. Oh, ja. Jetzt weiß ich auch genau. Dann muss ich hier nämlich links. Oh, sehr gut die Kurve genommen. Oh, da vorne ist das Ziel. Ja, ich warte. Im Ziel. Oh, ja. 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 Jetzt, 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 jetzt. Sag mal, wie lange geht denn dieses Rennen? Aber ich schaff's. Ich schaff's. Ich bleib standhaft. Ich bin der Go-Kart-Champion. Bist du früher Go-Kart gefahren? Noch nie mein ganzes Leben. Ah, krass. Oh, das macht super viel Spaß. Kann ich dir nur mal empfehlen. Ich bin in die Autos wirklich gefahren. Gar nichts. Echt? Ja, ich hab Angst vor Autofahren. Krass. Autofahren ist auch cool. Macht Spaß. Ju und Weezel wollen's mir beibringen. Ja, sehr gut. Können wir mal auf so einen Übungsplatz fahren. Ja, das ist unser Plan. Ah, ja, das ist gut. Da freu ich mich auf das Video. Ja, das wird ganz schlimm. Ich hab richtig Angst vor Fahrern. Nein. Du schaffst das. Wir wollen auch so einen ADAC Verkehrsübungsplatz auch. Oh. Ja, ja. Oh Gott. Ja, okay. Es ist super weit hinten. Alles gut. Oh Gott. Ich will kacke fahren. Es tut mir leid. Nein. Ich hatte so ein Lampending um meinen Kopf. Bist du denn? Du bist ja fast... Ja, ja. Und ich hatte leider auch einen kleinen... Da. Ist das Rode denn jetzt? Nee, das ist immer... Ey, hier liegt eine Latane rum. Die blockiert mich. Sorry, das war meine. Ich hatte die aus Versehen gerammt. Ich glaube, das hole ich nicht mehr auf, oder? Also, wenn ich ehrlich sein soll, glaube ich es auch nicht. Oh, oh. Jetzt haben wir auch... Ich bin gegen den Baum gefahren. Ich frage mich, ob wir hierfür Kohle bekommen. Ja, wir schauen sonst. Wir haben das völlig verschwendete Zeit hier. Nein, das ist keine verschwendete Zeit. Wir sind ja... Oh, ja. Da ist das Ziel. Zack. Zack. Und rein. Yeah. Oh. Ich bin noch nicht da. Ich hab was bekommen. Was denn? Geld. Ich weiß zwar nicht, wie viel, aber cool. Bin auch gleich da. Sehr gut. Aua. Hallo, Maxify! Wow! Tor! 40 bekommen. 40? Ja, okay. Hat sich ein bisschen gelohnt. Komm mal. Oh. Nein, Maxify, was du mit dir passiert. Nein. Ich will anrufen. 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 Wie? Ich bring dich ins Krankenhaus. Oh, Alter. Ich bin auf deinem Gesicht gesurft. Guck mal. Uh. Ich seh deine Füße. Die sind sehr toll aus. Hoppa. Paludel. Yeah. Tschüss. Oh nein, nein. Warum fall ich denn hier immer runter? Leute, das war es mit einer weiteren Folge von Wobby Live. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut unbedingt bei Maxify vorbei. Ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Zusehen. Habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao, ciao.